Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und ich habe diesmal von Viva Dekor den Eiseffekt. Also für mich hat es eher was von einem Schneeeffekt, aber immer Auslegungssache. Und ich habe noch so ein älteres Glas, wo mir der Deckel fehlt, beziehungsweise das war gar nicht mit dabei. Ich weiß nicht, wer so von Rewe die Desserts kennt, da sind halt immer so aus Glas und oben ist halt so ein Verschluss aus Plastik in der Regel drauf oder Papier. Und dadurch, ich fand die Gläser immer nicht schlecht und habe sie halt aufgehoben und habe jetzt dafür dann entschieden, ich mache ein Teelichter draus. Und ja, dementsprechend habe ich dann, weil sich dieser Eisschnee-Effekt dazu ganz gut anbietet, habe ich dann gedacht, okay, machen wir das. Ich probiere es mal aus, wie es sich so damit arbeitet. Ich wusste nicht so richtig, auf was ich mich da einlasse. Und habe es dann mit dem Pinsel so ein bisschen aufgetragen, wobei ich es halt irgendwann auch sehr dick gemacht habe, weil ich halt gemerkt habe, ich glaube, der Effekt mit ein bisschen mehr Struktur, dann gefällt mir halt viel, viel schöner. Und dementsprechend habe ich es dann eben darauf so ein bisschen verteilt. Macht sich leicht, ist halt auch für Kinder schon geeignet. Wie gesagt, man hält es ja dann irgendwie ganz gut fest, das kriegen die Kinder, glaube ich, auch schon ganz gut hin. Und haben dann eben ein eigenes Teelicht. Ich selbst nehme übrigens keine echten Teelichter mehr. Ich nehme sie in digital. Ich habe zwar auch noch echte zu Hause, aber letztendlich ist für mich so ein bisschen mein Sicherheitsfaktor immer relativ wichtig. Und dadurch habe ich jetzt aktuell immer auf die normalen Teelichter verzichtet. Ich nehme auch keine richtigen Kerzen mehr. Und wie gesagt, da ist ja jeder anders und ich nehme sie halt digital. Und ich werde irgendwann bestimmt auch wieder Kerzen mit anmachen. Das aber einfach, weil ich sie auch verbrauchen möchte. Und das wird dann aber so nach und nach. Ja, ansonsten, das neue Jahr hat ja gestartet. Bei uns war am Donnerstag fing es mit Blitzeis so ein bisschen an. Letzte Woche. Und dementsprechend war alles. Also der Winter ist da. Ich glaube, keiner kann sagen, wir haben jetzt keinen Winter gehabt. Ich fand es auch sehr frisch. Klar geht es immer noch kälter, aber theoretisch sind auch minus 10 Grad schon sehr kalt. Und ja, dementsprechend freue ich mich jetzt dementsprechend natürlich sehr auf den Frühling. Aber dafür passte jetzt eben, wie gesagt, auch dieser Schneeeffekt. Ich glaube, Schnee soll jetzt auch irgendwann nochmal kommen. Und ich hoffe, das Blitzeis fällt aus für die nächsten 20 Jahre. Ich bin jetzt kein Fan von Blitzeis, weil ich das, ich habe immer sehr großen Schiss, dass ich mich da irgendwie hinpacke. Und dementsprechend, ich habe am Freitag dann eben auch Homeoffice gemacht. Das war sowieso geplant, aufgrund dessen, weil bei uns die Bahn ja gestreikt hat oder in Deutschland weit. Und dadurch war es eh schon geplant. Und durch das Blitzeis, glaube ich, wäre ich sowieso zu Hause geblieben und hätte dann von zu Hause aus gearbeitet. Und ja, ansonsten fängt das Jahr relativ gut an. Es ist wie immer viel zu tun. Ich habe auf Arbeit viel zu tun. Aber ich habe mir eben auch die Zeit zwischen den Jahren ja auch genutzt, um einfach ein bisschen zu basteln. Und habe jetzt allerdings die letzten zwei Wochen nicht gebastelt, weil es eben Tatsache sehr viel auf Arbeit war und mein Kopf irgendwie das gerade nicht gebacken gekriegt hat, irgendwie zu basteln. Mein Kopf wollte eigentlich nur abschalten. Und ja, ansonsten freue ich mich Tatsache aktuell. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen auf die Abonnenten geschaut hat. Ich freue mich gerade riesig, dass da so viele auch dazugekommen sind seit diesem Jahr schon. Und bin da sehr happy und sage da natürlich auch wie immer sehr lieben Dank. Ich freue mich sehr. Und bin mir gerade nicht sicher, bei welchen Videos oder bei welchen Themen sie jetzt dazugekommen sind. Oft sind es ja die Bastelleute, die dazukommen. Aber ich habe eben auch manche Tatsache eben jetzt auch für die Musik gesehen, weil die Musikvideos aktuell immer wieder sehr gerne angeschaut werden. Und auch das freut mich unglaublich, weil die Musik natürlich zu mir, zu meinem Leben auch gehört. Und freue mich da einfach sehr drüber, dass die Musik auch bei euch sehr gut ankommt. Und habe schon ein paar Sachen, wo ich dieses Jahr gerne hingehen möchte. Mein erstes Konzert ja in diesem Jahr war der Dark Tenor in der Philharmonie hier in Berlin. Und freue mich da halt tatsache sehr drauf, dass das so schön für mich auch war. Und ich muss mal sehen, ob ich nächstes Jahr auch noch hingehe. Ist diesmal dann Montag, also mal schauen. Ja, ansonsten hier seht ihr jetzt das fertige Stück. Ich zeige euch natürlich auch gleich das Ergebnis dazu noch ein bisschen genauer. Und ich finde, das Ergebnis ist sehr schön geworden. Es macht einen schönen Lichteffekt, wenn man so eine digitale Kerze da reinstellt. Und hoffe, euch gefällt der Effekt genauso. Und vielleicht probiert ihr es mal aus, wie gesagt, die Materialien von Viva Dekor. Und nein, das ist keine Werbung. Finde ich, hat eine sehr schöne Qualität auch. Und dementsprechend kann ich das wirklich nur empfehlen, euch da einfach mal anzuschauen. Hier seht ihr das fertige Getrocknete. Das ist schön weiß geworden. Und dadurch, wie gesagt, hat für mich das Meer so ein bisschen Schneeeffekt. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch eine Schicht drüber mache. Habe mich da aber so ein bisschen dagegen entschieden, weil es vielleicht sonst das Licht nicht mehr so schön dazu kommt. Und aber, wie gesagt, ich finde es so sehr schön und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ihr probiert es vielleicht mal aus. Und ansonsten, ich verabschiede mich auch schon. Es ist heute ein etwas kürzeres Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.